Super heiße Linsen von Cook und Laoba gab es und auch die neuen Atomos-Rekorder. Wir zeigen dir, was der coole Shit der letzten vier Wochen ist. Die Objektive von Cook kommen natürlich als generelles Highlight direkt zu Beginn. Wir sind exklusiver Händler für die neuen Linsen in der DACH-Region, aber auch noch in Polen und Bulgarien. Und zwar heißen die neuen Objektive SP3. Auch die neuen Lenses haben, genau wie auch von Cook natürlich gewohnt, eine besonders hohe Qualität und Verarbeitung sowie den einzigartigen Cook-Look. Es wird sie in Brennweiten 25, 32, 50, 75 und 100 mm geben. Jeweils mit T2.4 und E-Mount und RF-Mount zum Wechseln. Der RF-Mount wird kostenfrei dann noch nachgeliefert, da er aktuell nicht verfügbar ist. Auch L-Mount und M-Mount sind für die Cooks angedacht, die dann ab 2024 erhältlich sind. Komischerweise nicht PL-Mount, also wer weiß, was da noch kommt. Grundsätzlich sind die SP3s sehr inspiriert von den Speed Pankrows. Das sind ja die Objektive aus der Filmgeschichte. Die SP3 sind jetzt komplett neu designt, sowohl optisch als auch mechanisch. Und sie sind perfekt für spiegellose Vollformat-Kameras optimiert. Die SP3s sind dann noch super leicht für CineLinsen, was für die Nutzung zum Beispiel auf Drohne oder Gimbal einige Vorteile natürlich bringen könnte. Kleiner Teaser, zu den Cook SP3s wirst du wahrscheinlich nicht das letzte Mal bei uns gesehen und gehört haben. Wenn wir schon mal bei Objektiven sind, bietet sich auch an, über die ebenfalls gehypte Laowa Pro 2B Lenses zu sprechen. Mit den Probe Lenses von Laowa ist schon wirklich viel Spielraum in der Kreativität. Aber mit den neuen Pro 2B Schnorcheln sind dem noch weniger Grenzen gesetzt. Hier gab es nämlich gleich ganze drei Stück, die auf den Markt kamen für ARIPL. Aber auch Objektiv-Mount-Adapter stehen zur Verfügung für EF, RF, E, Z, L und F-Mount. Es sind nicht einfach nur normale Makros, sage ich mal, sondern gleich mit drei verschiedenen Makromodulen mit 0 Grad, 35 Grad und 90 Grad Modul. Mit den wasserdichten Objektiven kannst du dann quasi um die Ecke filmen. Noch dazu lassen sich die Linsen durch den Drehmechanismus auch um 360 Grad drehen. Geben wird es die Pro 2B mit 24mm Brennweite und einer maximalen Blendenöffnung von T8. Und was auffällt, wir haben kein extra Lichtmodul mehr dran. Atomos hat auch Mitte August neue Ninjas vorgestellt. Nämlich einmal den Atomos Ninja und Atomos Ninja Ultra. Somit also die neue Generation der Monitor-Rekorder. Der Atomos Ninja kann bis zu 6K und der Ninja Ultra bis zu 8K Videomaterial in Apple ProRes RAW aufzeichnen. Und haben auch schon direkt das neue Atomos 11-Betriebssystem mit dabei. Das soll noch schneller sein. Auch der Look der Icons wurde hier nochmal überarbeitet, um sie noch besser auswählen zu können. Was dadurch natürlich sich nochmal ein bisschen professioneller anfühlt. Auch sonst werden mit Ninja und Ninja Ultra vielerlei neue Features etabliert, die es vorher noch nicht gab bei den Vorgängern. Einmal die bereits angesprochene RAW Resolution, aber auch alle Codecs inklusive H.265. Und das auch während eines Streams. Dann Atomos Remote View mit dem Erweiterungsmodul Atomos Connect. So wie ARRI Falscala und noch einige mehr Benefits, die die beiden jetzt eben mitbringen. Der Ninja Ultra hat ja nochmal einige mehr Features. Das Connect-Modul zum Beispiel bietet hierzu noch eine niedrigere Latenz und eine stabilere Verbindung. Nur beim Ninja Ultra wird es dann auch noch bis zu 4K 60P ProRes RAW Recording gehen, während parallel in H.265 und Full-HD aufgezeichnet werden kann. Cool ist auch noch das Feature, dass nun auch SDI Cine-to-Cine möglich ist. Das bedeutet, dass die Dateinamen, der Timecode und der Record-Trigger gematcht wird von ARRI, Sony, Canon und RED-SDI-Kameras. Ich denke, wir alle wissen, wie sinnvoll das sein wird, gerade das Thema Timecode. Alle mitbekommen haben werden dann noch den Release von den Sony-Cams. Wir haben ja auch ein Video dazu gemacht, so der A7C Mark II und der A7C R. Mit dabei war auch noch eine 16-35mm aus der zweiten Generation. Beide Kameras sind ideal aufs hybride Arbeiten ausgelegt. Die A7C II mit einigen mehr Video-Features, also noch ein bisschen mehr als die A7C R, die ja eher eine klassische Fotokamera mit Benefits ist. Die A7C II hat ein 7K-Oversampling und kann bis zu 4K 30 in Full-Frame aufzeichnen. Im S35 sind auch 4K 60p möglich. Grundsätzlich ist die A7C II quasi die kleine A7 IV, da sie viele Specs aus der Kamera mitbringt. Noch dazu hat die A7C Mark II einen KI-Autofokus. Die A7C R ist mit dem 61-Megapixel-Sensor eher ausfotografieren ausgelegt und kann aber ebenfalls bis zu 4K 60p aufzeichnen, jedoch eben mit einem leichten Crop. Im APS-C-Modus hat die A7C R auch ein 6,2K-Oversampling. Mega cool ist hier auch der 16-Bit-Raw-Output, mit dem wir erstmal so gar nicht gerechnet haben. Und dann eben noch der 16-35 G-Master II. Das ist nun deutlich leichter, hat aber durch die Verbesserung eine höhere Auflösung in den Ecken. Reduziert ist dann auch noch die chromatische Apparation. Und auch der Autofokus ist natürlich nochmal um einiges schneller geworden. Im Formfaktor eine kleine Ankündigung kam noch von Rode. Rode hat nämlich eine neue Audio-Funke rausgebracht, die Wireless Pro. Mit dem 32-Bit-Backup-Recording musst du dir also ab jetzt keinerlei Gedanken mehr machen über dein Audio-Material. Und mit dem Wireless Pro hast du auch noch eine Reichweite von bis zu 260 Metern. Dann hast du auch noch Timecode direkt mit an Bord, um deine Aufnahmen ganz einfach zu sinken. Achso, ja. Und es gibt natürlich auch noch ein Charging-Case, was wirklich nice ist, wenn man zum Beispiel unterwegs shootet. Dann eine Firmenankündigung zu NewTag. Aus blau wird jetzt orange. NewTag gehört ab jetzt zur Wizard-T Group und tritt zukünftig eben als Wizard-T auf. Also alle NewTag-Produkte werden nun ein Wizard-T-Logo bekommen. Und im Zuge dessen gab es auch direkt neue TriCaster-Produkte, einen TriCaster Mini-Go, der quasi das Einsteigermodell sein wird. Und softwareseitig ist der so aufgebaut, dass Einsteiger nämlich super damit arbeiten können. Das Ganze ist aber auch auf den TriCaster Mini X erweiterbar. Dann wurden noch zwei verschiedene Cloud-TriCaster vorgestellt, sowie ein neues Bedienpult. Und an der Stelle geht es jetzt wieder weiter mit den Firmware-Updates aus dem August. Für die FX6 haben wir dir im letzten Up-to-Date-Video vor vier Wochen bereits schon über die Version 4 gesprochen von der FX6. Die Key-Features aus diesem Update oder das Key-Feature wird sein vor allem die Squeeze-Funktion direkt für den Sucher und den HDMI-Output für 1,3-fachen und 2-fachen Squeeze. Dann wird der Autofokus im S&Q-Modus bereits ab 7 FPS funktionsfähig sein. Und der Cine EI Quick wird nun auch unterstützt. Auch Nikon hat für die Z8 und Z9 ein Update bekommen. Die Nikon Z9 1.01 hat ihr Überhitzungsmanagement nochmal angepasst. Die Überhitzungswarnungen wurden in Position und auch im Timing nochmal ein bisschen verbessert. Und die Z9 4.01 hat eine kleine Verbesserung für die Standby-Timer bekommen. Aber tatsächlich auch noch ein paar mehr Foto-Features. Und zu verlosen gibt es natürlich in diesem Monat auch etwas, nämlich von Portabrace. Der Shooter Medium 2. Portabrace ist schon lange im Kamerataschen-Game quasi. Und diese Tasche ist perfekt für größere Camcorder ausgelegt. Du kannst dann dein Equipment auch erstmal über die Quick-Zip-Lasche rausholen oder reinpacken. Oder eben über den normalen Hauptzugang. Auch allgemein hast du sehr viele Verstauermöglichkeiten für Zubehörteile. Innen ist es natürlich nochmal gepolstert, damit deinem Equipment auch gar nichts passieren kann. Wenn du die Portabrace Shooter Medium 2 gewinnen möchtest, dann abonnier auf jeden Fall unseren Kanal. Like dieses Video und schreibe einen Kommentar unter dieses Video. Dann nimmst du automatisch teil. Schau dir aber nochmal unsere genauen Teilnahmebedingungen auf jeden Fall an. Weil du jetzt aber noch Fragen haben solltest, dann ruf doch auf jeden Fall gerne meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb an. Die freuen sich sehr auf deinen Anruf.